Im Beisein von Ministerpräsident Horst Seehofer wurde am Donnerstag das Kultur- und Kongressforum Altötting feierlich eröffnet. Der Freistaat hat das Bauprojekt mit 8,5 Millionen Euro unterstützt. Doch wie wichtig ist für den Ministerpräsidenten die Kultur im ländlichen Raum? Das war ja der Grund, warum wir da so eingestiegen sind, weil wir eben nicht nur in den Metropolregionen das wollen, sondern auch eben in den allen Regionen Bayerns. Bayern kann nicht blühen, wenn nicht jede Region auch selbst blüht. Das ist unsere Überzeugung und die haben wir hier realisiert. Sichtlich stolz war Altöttings Bürgermeister Herbert Hofauer. Ja, ein fünf Jahrzehnte oder sechs, sieben Jahrzehnte altes Defizit hier in der Kreisstadt Altötting wird behoben. Wir hatten nie einen großen Veranstaltungssaal. Viele Veranstaltungen konnten überhaupt nicht in der Kreisstadt durchgeführt werden. Damit ist jetzt Schluss mit diesem Kultur- und Kongressforum, das möglich geworden ist, weil alle zusammengeholfen haben, die da zusammenhelfen können. Private Sponsoren, die VÖ, meine Raiffeisenbank mit einer Million und insbesondere der Freistaat Bayern, der 8,5 Millionen Euro in dieses Projekt investiert. Also wir glauben, dass die Rechnung voll aufgeht und dass wir den Bürgerinnen hier in der Stadt und den Bürgern und im Umkreis und eben auch den unterschiedlichsten Veranstaltern hier tolle Angebote machen können. Ja, das Kongresszentrum, das Forum ist natürlich schon eine bombastische Einrichtung für die Landkreismitte, für die Kreisstadt hier in Altötting. Und zwar deshalb, weil es ja praktisch nichts Vergleichbares im ganzen Landkreis gibt und auch darüber hinaus ist es nicht leicht fällt, so eine Einrichtung zu finden. Mir gefällt ganz besonders, dass das Zentrum, das Forum so kapellplatznah ist. Mit ein paar Schritten ist man auf einem der schönsten Plätze hier in Bayern auf dem Kapellplatz und das ist das Alleinstellungsmerkmal hier des Kongresszentrums.